Mit dem Glycerin 12 bleibt Brug seiner Philosophie treu und bringt einen komfortablen und dynamischen Laufschuh auf den Markt. Und hier seht ihr ihn in einer Farbe, die ihr exklusiv nur bei uns bei Runners Point bekommt. Das atmungsaktive Obermaterial überzeugt mit seiner Passform. Hierfür ist die 3D-Fitprint-Technologie verantwortlich. Sie sorgt dafür, dass dein Fußsocken ähnlich umschlossen wird. SuperDNA als Dämpfungssystem passt sich deinem Gewicht und deiner Laufgeschwindigkeit an. So bietet der Schuh dir immer die richtige Balance zwischen Dynamik und Komfort. SuperBioMogo in der Zwischensohle ist haltbarer als EVA und eine der ersten biologisch abbaubaren Zwischensohlen im Laufschuhbereich. Die Flexkerbenkonstruktion im Vorfußbereich, Omnigroove genannt, lässt den Schuh noch leichter abrollen. Und die in der Außensohle integrierten Pressure Zones sorgen für eine optimale Druckverteilung in jeder Phase der Abrollbewegung. Der Brux Glycerin ist ein echter Allrounder mit großem Einsatzspektrum, der sich für alle Streckenlängen eignet. Und in dieser Farbvariante bekommst du ihn exklusiv nur in deiner Runners Point Filiale oder hier im Onlineshop unter www.runnerspoint.com. Untertitelung des ZDF für funk, 2017